Ponyverbot in Paris Die Stadt will Ponyreiten in Pariser Parks ab übernächstem Jahr verbieten. Die Kritik der Tierschützer. Die Ponys haben nicht ständig Zugang zu Wasser und Heu und das auch noch an langen Arbeitstagen. Die Ponys laufen auch ständig die gleichen Wege und die Tiere müssen stundenlangen LKW in die Stadt transportiert werden. Eine Petition hat über 8.000 Unterschriften und deswegen soll es kommen, dass…